Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, bei den Majas, da waren Menschenopfer wohl an der Tagesordnung. Böse Zung könnten behaupten, ja, vielleicht hat es wenigstens die Richtigen getroffen, aber so weit wollen wir nicht gehen. Für die heutige Zeit würden wir uns das natürlich auch nicht wünschen. Habt ihr zu wenig Mäuse in der Tasche? Seid ihr in der mistlichen Lage, das eine oder andere Mal in ein leeres Portemonnaie zu schauen? Dann nehmt das alles nicht so schwer. Ihr seid gut dran. Ihr werdet viel seltener krank als die Reichen. Möglicherweise ist ja der neue James Bund ein farbiger. Das kann gut sein. Wir wissen nicht, ob der Autor die Hautfarbe festgelegt hat bei seiner Beschreibung des coolen Geheimagenten. Aber manchmal denken wir, dass es etwas zu weit geht. Bei neuen Verfilmungen ist nicht nur Kleopatra, sondern auch der griechische Held Achilles in dem Film Troja neuerdings ein farbiger. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn man eine Solaranlage aufs Dach baut, damit man Kosten spart, dann kann das auch nach hinten losgehen. Das ist alles gut und schön. Aber wie alles bei dem Thema Klima, Heizen und so weiter völlig undurchdacht. Hier muss ein Ehepaar seine Anlage wohl wieder abbauen, weil die Einspeisekapazität des örtlichen Stromanbieters ausgeschöpft ist. Man braucht den Strom nicht. Also runter mit diesem Zeug. Tja, der hier genannte junge Mann, er ist wohl aus Syrien und gerade 14 Jahre alt, der hat Glück. Er kann für die Hälfte seiner Straftaten nicht belangt werden, weil er die mit 13 begangen hat. Und da war er noch nicht strafmündig. Und wir glauben auch nicht, und darauf hat der junge Mann vielleicht auch gehofft, Wir glauben also nicht, dass die Behörden, die örtlich zuständigen Behörden, sein Älter medizinisch überprüfen werden. Das wäre ja auch so eine Art von Racial Profiling. Und das machen wir in diesem Land nicht. Also Glück gehabt, junger Mann. Viel Glück brauchen auch die deutschen Autofahrer in Zukunft. Die letzte Generation hat ihre Taktik geändert. Sie macht jetzt Schleichkorsos auf Autobahnen. Also man fährt mit Absicht langsam, verursacht dadurch Staus. Und wir drücken den Autofahrern in Deutschland die Daumen, dass da keiner mal hinten auffährt und zu Tode kommt. Und noch etwas so schön im Stau vor sich hin tuckeln, das tut der Umwelt ja auch wirklich richtig gut. Also letzte Generation sehr schön. Mitleid haben wir mit diesem jungen Mann. Er stand lange Zeit im Rampenlicht. Nun vegetiert er dahin, wird sichtlich immer etwas molliger. Er hat auch Anzeichen von depressiven Verhalten. Hinzu kommt, dass er seine teure Villa aufgrund des öffentlichen Drucks wohl verkaufen musste. Und nun in einer kleinen Mietwohnung dahin vegetieren muss mit seinem Ehemann. Wir drücken diesem Ehepaar die Daumen, dass es trotzdem gut über die Runden kommt. Zu guter Letzt werden wir ja an die gute alte Zeit erinnern. Ich glaube, ihr könnt euch auch noch erinnern, als die Handys so aufkamen, gab es die Gerüchte oder war es vielleicht zum damals Panikmache? Wir wissen es nicht genau. Gab es die Gerüchte, dass Telefonieren das Gehirn schädigen könnte? Die Strahlung sei gefährlich. Man sollte das Ding also nicht so dicht am Ohr haben. Nun gut, wir wissen auch nicht, was daraus geworden ist. Ob es da Statistiken gibt, ob das wirklich so war, ob das Panikmache waren. Wir drücken diesem Herrn die Daumen, dass Telefonieren mit dem Handy keine Hirnschäden verursacht. Und er nach seinem misslungenen Ausflug in die Politik weiterhin lustige kleine Kinderbüchlein schreiben kann. Ach ja, zur Information. Hier ruft ihr gerade bei der Bußgeldstelle an, ob die auch korrekt und gründlich ihre Arbeit machen. Der Deutsche hat noch zu viel Geld in der Tasche. Leute, in diesem Sinne weiterhin alles Gute für euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag weiterhin. Und bleibt standhaft, geht hinaus, sagt eure Meinung. Wir müssen das tun. Wir müssen aber trotzdem ruhig und gelassen bleiben, weil man uns eventuell dazu anstachen will, dass wir irgendwie aggressiv handeln und dass denen gefallen, wenn wir denen da oben nicht tun. Also bis dann. Tschüss und ciao.